Hallo, hier ist Daniel von Gixler-Flaxenburg und ich führe jetzt ein Interview mit der Gruppe Drachenflug. Wer von euch ist der Hauptsprecher, der Hauptgründer der Band? Alle zusammen oder? Wann, wo, wie, Versal? Ja, also vor vielen, vielen Jahren, so 2004, habe ich die Band gegründet, weil es war bei uns ein Fantasy-Markt, wo der eigentlich kommen sollte und da fehlte Musik. Und dann haben wir gesagt, so wir machen jetzt Musik und dann habe ich Leute geholt, haben uns schnell den Namen ausgedacht und haben dann irgendwie so eine Mischung aus Fantasy und Mittelalter gespielt. Die richtige Klangfindung dient hauptsächlich dazu, uns gemeinsam den Abend zu versüßen. Und dann haben wir auf ein paar Mittelalter-Märkten gespielt, die Leute sagten, ihr macht überhaupt kein Mittelalter und haben gesagt, nee, machen wir auch nicht, aber wir spielen hier. Und irgendwann haben wir gedacht, es ist zu blöd, auf Mittelalter-Märkten zu spielen. Und Efi ist Designerin und weiß ganz viel über Kunst und so und dann hat sie sich irgendwann herausgefunden, ey, es gibt ein Wort für das, was wir machen und so, wie wir aussehen, das ist Steampunk. Wir machen also Steampunk. So, das war so 2008, 2009 haben wir gesagt, nee, okay, Mittelalter durchgestrichen, wir machen Steampunk. Ansonsten haben wir eigentlich nicht viel verändert und ja, dann kamen immer mehr Leute dazu und ja, ganz zuletzt hier unser Jonas, unser neuer Bassist so. Und ja, jetzt sind wir endlich vollständig und spielbereit von 2004 bis 2016. Okay, dann Jonas, wie bist du zu der komisch zusammengewürfelten Band gekommen? Ihr seht ja nicht alltäglich aus, lassen wir mal so sagen. Seht ein bisschen, ich würde ja Sippy sagen, würde auch noch dazu passen. Sieht ein bisschen so aus. Wie bist du dazu gekommen, siehst ja ein bisschen eleganter und adretter aus. Ach, danke. Ja, wie bin ich dazu gekommen? Ich kannte Michael, der ist mit mir verwandt, daher kannte ich den wahrscheinlich ein bisschen. Und ich habe dann deren, also Drachenflug CDs an der Toilette verkauft. An der Toilette. An der Toilette. Neben der, okay, gut, gut. Die hatten da ein Gig damals in Hamburg und da habe ich dann die CDs an der Toilette verkauft. Gut, du wolltest jetzt doch was sagen. Also wir haben gesagt, wenn du das ein Jahr hinkriegst, dann darfst du mit Musik machen. Und dann hat er eigentlich ein Jahr lang an den Toiletten dieser Welt. Also vom Praktikanten zum Auszubildenden sozusagen. Und ja, bald wird er bestimmt ein echter. Er sieht doch aber schon echt aus, guck mal. Er ist aber schon echt aus fleischem Blut. Danke. Siehste. Okay, und du bist? Natalia Obscura. Und du bist die Sängerin, habe ich gesehen. Spielst du auch noch andere Instrumente, weil ich bin relativ spät reingekommen. Nee, ich spiele leider nichts, noch nicht. Ich singe Background und habe auch zwei Stücke, wo ich Front singe, aber die sind jetzt noch gar nicht auf der Bühne zu tragen gekommen, leider. Okay, und du bist dann die Schneiderin, wie ich mitgekriegt habe. Oder was machst du genau? Du spielst irgendwie eine Flöte, spielst du und du schießt mit Waffen, wie ich sehe. Allerdings ist die nicht geladen heute. Heute bin ich nur ein friedvoller Samurai. Okay. Ja, ich bin nicht die Schneiderin, ich bin die Designerin von Drachenflug, also eher die für die Optik so insgesamt zuständig ist. Ich designe unsere CDs zum Beispiel und ja, das Gesamterscheinungsbild war so ein bisschen von mir angeregt. Aber es macht jeder, was er will, also ich habe da nicht den Daumen drauf oder so. Und ich schreibe Stücke und das ist WIBA. Okay, Hallihallo, Hallöchen, du bist die WIBA. Erklär uns, wie bist du zur Gruppe gekommen und was machst du in der Gruppe? Also ich singe hauptsächlich, mache auch ein wenig Percussion zwischendrin, aber eigentlich generell singen. Solo und Background, beides. Und zur Band gekommen, das ist eine ganz lustige Geschichte bei Nathalie, also Nathalie Obscura. Wir kennen uns seit wir 10 sind, also schon eine ziemlich lange Zeit. Ich verrate es nicht, wie alt ich bin. Ich hatte gerade Geburtstag. Dankeschön. Genau, 20, wunderbare junge 20. Und Nathalie und ich, wir kannten uns schon lange und so indirekt über mich, über andere Personen, meinen Geburtstag vor schon längerer Zeit, haben Nathalie und Michael sich kennengelernt und dadurch kam ich dann auch mit der Band in Kontakt und habe erstmal nur ausgeholfen. Heißt, bin eingesprungen, als andere aus der Band raus sind aus verschiedenen Gründen, habe beim Album beim neuen dann mitgeholfen und drei Gigs mitgemacht. Dann passte das aber so gut, dass wir dachten, ja, aus von beiden Seiten her, dann versuchen wir das mal. Also wir haben uns jetzt ein bisschen rausverzogen, es wurde ein bisschen laut. Dann jetzt wieder eine Frage. Ihr habt ja eine neue CD jetzt released. Ja. Ja, also an der CD haben wir fast zwei Jahre gearbeitet, vom Design bis zur CD. Und es sind, ich glaube, 14 Tracks kann es sein oder 13 Tracks, 14 Tracks. Und wir waren elf Monate allein im Studio und hatten richtig viel Zeit in Ruhe daran zu arbeiten, konnten die verschiedenen Instrumente ausprobieren, haben vieles auch wieder verworfen, neu gemacht und so ist sie richtig gut geworden. Wir sind richtig zufrieden. Und wir haben also gerade am Dienstag selber das erste Mal unsere CD gesehen. Und das ist jetzt das erste Konzert, die ist noch nicht mal bei Amazon zu kaufen. Es ist wirklich jetzt neu, die erste Mal haben sie dabei. Wir sind voll zufrieden. Also klingt so ein bisschen, ja, selbstbeweihräuchern, aber es ist wirklich gut geworden. So besser hätten wir es nie machen können in der Zeit. Oh, macht Morgensport, damit Hirn und Herz erwachen. Oh, macht Morgensport, damit Hirn und Herz erwachen. Oh, macht Morgensport, macht Morgensport. Okay, welchen Musikstil ist das, wo ihr hört? Ich kann das keinem Stil einordnen. Was für ein Stil von Musik soll das sein? Ich glaube, das Mikrofon wäre bei Michael besser aufgehoben gewesen, aber ich kann ja auch mal versuchen, was zu sagen und es geht durch die Runde. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Also Steampunk-Musik, das, was wir machen, ist erstmal schwer einzuordnen. Genauso wie Steampunk. Also es gibt jetzt nicht, das ist die Musik, das sind die Instrumente, die man verwendet. Da gibt es einfach verschiedene Richtungen und die kann man irgendwie ausreizen, was das Interesse von einem ist, wonach man Lust hat. Generell würde ich sagen, fließen deshalb auch viele verschiedene Stile in unsere Musik mit ein. Also viel folgige Richtungen, also wir verändern die Lieder ja auch. Viel ist selber geschrieben, hauptsächlich von Michael, von EFI Exmaschine auch. Und haben dann auch Elemente, die in die Reggae-Richtung gehen, paar rockigere Sachen mit drin. Also es ist wirklich ein Misch. Können wir vielleicht so am ehesten unter die Kategorie World Music mit einordnen, würde ich so sagen. Das hast du recht. Vielleicht kann Michael noch was ergänzen oder mich berichtigen. Ich gebe mal weiter. Lass mal den Jüngeren zu Wort kommen. Vielleicht hat er eine andere Siegstaffung drauf. Ich spiele Bass, ich habe darauf keine Sicht. Danke. Der beste Bassspieler der Welt ist bei Iron Man, den hört man raus. Bass ist immer wichtig. Davon abgehört. Vielleicht verspielen sich die Bassspieler, die man raus hört, auch so furchtbar, dass man sie bemerkt. Aber er kann noch Banyo und so weiter. Ja, ich kann noch Banyo. Was kannst du noch? Was kannst du noch außer Bass und Banyo? Gitarre. Klavier. Singen. Also er kann mehr wie er sagt. Einfach mal unter Scheffel stellen, ich kann ja nur Bass. Okay, ist gut. Ich kann ja nicht mehr Bass. Okay, sag du mal, wie siehst du dann die Musikrichtung, den Stil, wo ihr da führt? Also wie wir ja schon gesagt, Steampunk ist ja kein Genre. Und wir haben ja nun das Glück, dass jeder von uns Musikern, also außer unseren beiden Background-Sängerinnen, ja mehrere Instrumente spielen kann. Und das möchten wir auch nutzen. Und so haben wir praktisch kein Genre, was wir spielen. Wir können nicht sagen, wir machen irgendwie Swing oder sowas, das stimmt nicht. Sondern wir überlegen uns ein Konzept für ein Stück, überlegen, wie setzen wir das um. Und deswegen, wenn man die CD jetzt hört, sind da auch ganz unterschiedliche Musikrichtungen drauf. Es ist mal Frauen-Frontgesang, es ist mal männlicher Gesang, es ist mal Chorgesang, es ist mal japanisch, es ist mal jiddisch, es ist mal englisch. Und so arbeiten wir uns dann einfach, wie überlegen, so das ist der Traum von dem Stück, so soll es werden. Wie können wir es umsetzen? Also wir legen uns so wenig wie möglich fest. Also kurz gesagt, sie nimmt einen riesengroßen Topf, schmeißt alles rein, was sie findet, rührt das kurz durch und dann kommt eine Essenz heraus und das ist dann das Stück. Ja, das Gewürz fehlt dann am Ende, also es wird noch nachgewürzt gegebenenfalls oder auch verändert, ne? Aber ja, so kann man das nicht. Okay, ich hab ja gesagt, die Essenz, das ist ja das Pure schon. Das muss ja nicht mal viel gewürzt werden, oder? Ja, im Grunde hast du recht, aber man kann ja immer noch irgendwo nachbessern, ne? Salz und Pfeffer. Eine Steigerung nach oben, wenn, eine Steigerung nach oben. Steigerung ist immer möglich. Man kann die Suppe auch versalzen, manches muss einfach bleiben. Nach dem Himmel kommt nichts mehr, das weißt ihr. Genau. Dann letzte Frage, wo und wie kann man euch finden, wenn man Interesse hat, eventuell CDs von euch zu kaufen, respektive euch zu buchen oder solche Sachen? Also man kann einfach über Facebook gucken, da findet man uns oder unter www.steampunkband.de. Also man findet uns eigentlich richtig einfach im Internet und da findet man noch ein E-Mail und dann kann man uns anschreiben und dann landet das alles bei mir. Oder man kann uns anrufen und dann kann man sagen, hey, wir haben eine Veranstaltung, spielt mal und dann gucken wir, ob wir Bock haben. Okay. Okay, ich danke euch, das war dann Daniel für Geekster Flaxenburg und Tschüss. Untertitelung. Sehrari,追いOOO zt. Untertitelung des ZDF, 2020